Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. So, weiter geht es im Votext. Ich möchte übrigens noch eine kleine Ankündigung machen. Es kann eventuell sein, dass nächste Woche mal eine Folge weniger kommt. Das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, denn ich möchte einfach in der Zeit vom 20., 21. Dezember bis zum 4. Januar auch wirklich mal Urlaub haben. Ich versuche so gut es geht vorzuproduzieren, hatte ich glaube ich auch hier in diesem Projekt schon mal gesagt. Ich weiß es noch nicht, ob ich es schaffe. Weniger als drei Folgen werden es nächste Woche nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade diese letzte Folge ja für diese Woche auf, momentan am 17.12. Das heißt, ihr seht, es drängt schon ein wenig die Zeit, weil ich muss ja auch noch alles rendern und schneiden und hochladen. Gut, also, dann wollen wir doch mal gucken. Können wir hier auch noch eine zweite Tür reinbauen für Mitarbeiter? Ja, ne? Das würde ich nämlich hier vielleicht ganz gern noch machen. Ah, ne, das reicht hier nicht vom Platz. Hier ginge es auch nicht. Kann ich hier eigentlich den Weg weiterbauen? Ja, kann ich. Das würde ich dann hier schon mal so ein bisschen machen. Ähm, ich plane übrigens dann im Rest vom Zoo eher das wegzulassen. Die, die Randbeschränkung. Ich bin auch am überlegen, ob ich hier einen anderen Weg hinmache. Den hier vielleicht ohne, ohne Bordstein. Wie sieht denn der hier aus ohne Bordstein? Will ich auch mal testen. Ähm, Wege mit Bordstein, genau. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, da finde ich den hier ohne Bordstein hübscher. Oder? Doch, ja. Also, hier bei dem Holz zum Beispiel, da finde ich, gehört das irgendwie dazu. Weil jetzt einfach nur so... Warum geht das hier nicht? Ist das euer Ernst? Das kann doch jetzt nicht sein, dass das hier überall nicht funktioniert. An den Besuchern kann es nicht liegen. Na, guck mal, hier... Kann mir mal bitte jemand sagen, warum das hier nicht geht? Das sind so Sachen, die finde ich so tierisch nervig an Planet Zoo. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, was es ist. Aber, ja, muss ich das wohl alles rückgängig machen wieder? Und muss dann einfach ab sofort einen anderen Weg nehmen. Oder vielleicht kann ich auch einfach sagen, so bis dahin ist halt Kopfsteinpflaster und dann nicht mehr. Das ist doch doof. I don't get it. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ab da geht es nicht mehr. Dann machen wir das halt da anders. Ja, gut. Nervt, aber kann ich nicht ändern. Wenn jemand da irgendwie eine Lösung zu hat, dann gerne ab in die Kommentare damit. Würde mich definitiv sehr freuen. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könntet. So, hier können wir den Weg jetzt auch schon ein bisschen... Können wir das auch schon wegnehmen. Dann würde ich aber den Weg tatsächlich schon ab hier so bauen. Dass wir hier dann auch so eine Dreiteilung haben, quasi wie hier vorne auch. Gut, ähm... Oh, guck mal, bei den Rentieren geht es schon rund. Das ging ja schnell. Barriere bearbeiten. Ich würde generell rundherum, würde ich das alles ganz gern wieder aus Holz machen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie sinnvoll das ist bei den Eisbären, aber... Also maximal hier die Betonwände. Die könnten wir auch machen, aber ich kann gar nicht über 2,03 Meter gehen. Stelle ich gerade fest hier wegen der Treppe. Das heißt, ab da... ...geht das... Wo wird das blockiert? Da kannst du eigentlich nicht blockiert werden. Ich teste das jetzt einfach mal. Ähm... Ne, da brauchen wir da noch ein... Oh! Das wollte ich nicht. Da brauchen wir da noch ein Zwischenstück. So, dann können wir nämlich hier... Können wir ab diesem Bereich das Ganze machen. Und erhöhen. Und... Ab hier dann wieder. Ja, bis dahin, ne? Jo, perfekt. Aber eigentlich, glaube ich, würde ich das trotzdem doch lieber aus Holz haben. Weil dann haben wir alles aus Holz. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich das so passend finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Karriere bearbeiten. Hier können wir theoretisch auch... Einwegspiegel reinmachen. Aber andersrum. Ey, warum geht das nur so rum? Ich will es andersrum haben, Leute. So rum bringt es mir doch nichts. Kann mir mal bitte jemand sagen, warum das hier nur so rum geht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich mache da jetzt mal Glas rein. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wieso, weshalb, warum das so ist. Also das verstehe ich jetzt nicht. Guck mal. Hier passt es und hier nicht. Warum? Verstehe ich nicht. Das... Kann ich nicht verstehen? Ich... Also... Strange. Ähm... Was passiert jetzt, wenn ich das hier nochmal versuche? Das geht einfach an der Seite nicht. Ich weiß nicht, warum. Dann lassen wir das jetzt einfach erstmal so, wie es gewesen ist. Und vielleicht habt ihr dann noch irgendwie einen Tipp für mich. Kann ja sein. So. Auch da würde ich gerne wieder das Einwegglas reinmachen. Auch hier geht es so nicht. Dann müssen wir da wieder normales Glas reinmachen. Ja, und ansonsten haben wir ja hier oben unseren Weg. Das passt dann schon. Nehmen wir das oder nehmen wir doch lieber so eine dunkle? Hm. Ne. Ich glaube, wir bleiben hier bei dem hellen Holz. Okay. Gelände. Hier hinten. Also wir brauchen ja auf jeden Fall auch einen großen Bereich zum Schwimmen. Jetzt wieder doof. Man erkennt nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, der Baum, der, der, der ist gut. So, dann können Sie da unten, könnten Sie, könnten Sie in der Theorie drin schwimmen. Wir können auch hier hinten, können wir ruhig noch einen Bereich machen zum Schwimmen. So, dann haben die hier jede Menge Platz und da muss man dann jetzt, das müssen wir gucken. Also da müssen wir auch jede Menge basteln, damit das so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber ich hoffe, das reicht vom Platz aus. Das wäre definitiv eine coole Sache, wenn das hinhauen würde. Das wäre schön. Aber ich verstehe das nicht, wie das, warum das hier vorne mit dem, mit dem blöden Glas nicht klappt. Also hier, das, 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 das ist ja, das ist ja mies. Genau hier an dieser Stelle, das ist doch doof. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie was wisst, woran das liegen könnte, dann sagt mir da super gerne Bescheid. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwie einen Tipp geben. Gästeinrichtungen, hier so Spenden-Dinger könnte man hier schon mal hinstellen. Da auch noch eins hin. Da werden die Leute nicht spenden, da sind die mad. Wegen dem Aufbereitungs-Dingens. Da stellen wir noch welche hin. Hier kommt eine große Video-Wall hin. Mit Informationen. Informationen für Bärchen. So, da kommt hier ein Stein hin und an den Stein hängen wir die Video-Wall dran, dachte ich mir. Ja, und hier oben packen wir auch nochmal in regelmäßigen Abständen Spendenkästchen hin. So, das war es jetzt aber für heute. Das war es für diese Woche. Weiter geht es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht am Dienstag. Wie gesagt, ich verspreche oder ich versuche es hinzubekommen, dass nächste Woche auch vier Folgen kommen. Ich kann es aber nicht versprechen, aber drei werden es bestimmt werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Also dann, bis dahin. Tschüss. 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 אן